Ach, das Leben. Du weißt schon. Diese Sache voll unangenehmer Situationen, peinlicher Unfälle und allgemeiner Verwirrung. Naja, da müssen wir alle durch. Und egal welchen Schwierigkeiten du täglich gegenüberstehst, tröste dich, denn jeder hat genau mit dem gleichen Zeug zu tun. Uh, vor allen Dingen sowas. Aber hey, wir sind doch alle nur Menschen. Also lehn dich zurück, entspann dich und finde heraus, warum diese Alltagssituationen so, oje, nachvollziehbar sind. Versuchst du auch, dein Frühstück am Morgen ganz leise zu machen, damit du deine Mitbewohnerin nicht aufwächst? Aber eine kleine Bewegung löst die Marschkapelle aus. Siehst du, was ich meine? Puh, das war knapp. Oh, nicht die Bratpfanne. Mensch, wer hat das Ding überhaupt da stehen lassen? Oh Mann, Vicky wird mich umbringen, weil ich sie an ihrem freien Tag so früh aufgeweckt habe. Hör doch mal auf zu klappern. Komm schon. Schhh, bitte. Oh, endlich. Oh Mann. Oh, ich glaube, da ist jemand wirklich sauer. Nichts kann einen Spaziergang im Park ruinieren. Autsch, ist da ein Stein in meinem Schuh? Wie ist das denn passiert? Wow, das ist ja viel schlimmer als nur ein Stein in deinem Schuh. Krass. Sag mal, hast du vielleicht einen ganzen Steinhang mit eingesammelt? Okay, sowas gibt's doch gar nicht. Sag mal, Vicky, was hast du denn für eine Schuhgröße? Na gut, jetzt kann's ja weitergehen. Diese YouTube-Videos machen so süchtig. Oh, das ist schon mein viertes Video in Folge. Oh, mein Arm wird müde. Ich werd das Phone mal abstellen und weitergucken. Hey, warum bleibt das Ding denn nicht stehen? Oh, jetzt im Ernst? Hm. Mit diesem Buch sollte es aber funktionieren. Ah, Marc, komm schon. Wenn du jemals versucht hast, freihändig auf deinem Handy Videos anzuschauen, dann weißt du, dass dieser Kampf echt ist. Wow, das ist eine ganze Menge Zeug für ein kleines Telefon. Oh, ich will doch nur mein dummes Video sehen. Alles klar, lass mal sehen. Hm, damit sollte es funktionieren. Oh, ist das schwer. Gut, also der Joghurt kommt hier hin und diese riesige Flasche Wasser dorthin. Hm, das sollte eigentlich funktionieren. Oh, Mann, diese Sophia macht mich echt fertig. Oh, Mensch. Okay, das war's. Ich geh online und kaufe einen Telefonständer. Basta. Ob du's glaubst oder nicht, aber es ist eine richtige Kunst, eine ganze Geschichte zu texten und vor allem dauert es auch eine ganze Weile, alles zu schreiben. Vor allem über das Smartphone. Und das Beste ist aber das Warten, bis dein Freund auf deinen epischen Text reagiert. Ach, komm schon, Mädel. Wie lange brauchst du denn, um das zu lesen? Okay, Hallie, ich weiß genau, dass du dein Handy hast. Mensch, wie lange soll ich denn noch warten? Bis Weihnachten? Ach, endlich. Ha, im Ernst? Nach der langen Zeit ist das alles, was du dazu antwortest? Okay, das war's. Die kommt mir aber nicht mit dieser faulen Antwort davon. Ich geh jetzt zu ihr nach Hause und sag ihr, dass das nicht in Ordnung ist. Wow. Vicky bringt sich aber wirklich in Rage da im Taxi. Ich glaub, die wird explodieren. So, hier bin ich. Oh Mann, ich frag mich, warum du so lange brauchst, bis du die Tür geöffnet hast. Und das Gleiche gilt für das Beantworten von Textnachrichten. Hey, Vicky, was ist denn los? Tja, was los ist? Das ist los! Ich nehm mir die Zeit, dir diese epische Geschichte zu schreiben. Und ich hätt doch besser Emojis genommen. Ah, an schlechten Tagen wie diesen gibt es nichts Besseres, als sich mit Pommes und nem großen Burger den Bauch voll zu stopfen. Ah, das war gut. Okay, Zeit zur Realität zurückzukehren. Wow. Ich hab definitiv zu viel gegessen. Ich hab das Gefühl, ich platz gleich. Na, niemand wird's bemerken, wenn ich ein paar Knöpfe öffne, oder? Oh, das ist schon viel besser. So, jetzt muss ich mich wohl hinlegen. Den Bauch voll stopfen mag ne gute Idee gewesen zu sein, aber jetzt pass deine Jeans nicht mehr. Komm schon, ich muss in 10 Minuten zum Unterricht, aber ich krieg dieses verdammte Ding nicht über meine Hüften. Äh, komm schon! In Ordnung, das war's. Ich werde nie wieder Pommes essen. Hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Olivia! Ah, das duftet unglaublich! Hm, zu schade, dass Zucker aktuell nicht auf meinem Speiseplan steht. Gib mir die grüne Mischung, Baby. Happy Birthday für mich! Ugh, ja, schmeckt ganz wie Schokolade, wenn Schokolade nach trockenem, bitteren Salat schmeckt. Ugh, das ist der schlimmste Geburtstag meines Lebens. Und, wie schmeckt der Kuchen, Mädels? Bitte sagt mir, dass er schrecklich ist! Naja, niemand hat behauptet, dass es einfacher ist, sich gesund zu ernähren. Wow, wie alt ist die Birne denn? Wann hab ich die überhaupt gekauft? Ugh, seit wann riechen Birnen nach Achselhüllen? Ugh, 26? Pfff, und, äh, 27? Och, trainieren ist scheiße. Hey, ist das etwa ein Donut? Bin ich jetzt schon so fertig, dass ich von Essen halluziniere? Hey, mach deine Sit-Ups, Olivia! Süßes ist dein Ansporn! Hm, Paketband. Ja, das ist sehr nützlich. Du kannst es für viele verschiedene Dinge gebrauchen. Hey, Emily, hast du Schwierigkeiten, die Kante des Bandes zu finden? Hm, sieht so aus, als ob Kratzen nicht funktioniert hat. Hä? Spielt mir jemand einen Streich oder sowas? Ist das überhaupt Klebeband? Okay, ich hab die ganze Nacht daran gearbeitet. Ich muss das jetzt schaffen. Hm, vielleicht brauch ich eine Brille. Äh, Emily, dein Wasser? Okay, also den Anfang vom Klebeband zu finden, das kann schon etwas dauern, aber es sollte nicht dein Leben übernehmen. Verdammt, falscher Alarm. Ja, ich hab's gefunden! Och nee, warum passiert sowas immer mir? Ach, 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 ach. Endlich, die Mittagspause auf dem Dach nach einem harten Morgen bei der Arbeit. Oh, oh. Meine Güte, seht ihr die Aussicht? Diese Aussicht? Wow. Ja, sehen wir. Och nee, glaubst du, der hat uns gesehen? Ich trage überhaupt kein Make-Up. Schnell. Komm, wir polieren uns ein bisschen auf. Tja, manchmal genügt eine attraktive Überraschung, um ein schnelles Auffrischen zu bewirken. Schnell, die Haare aufgewuselt, die Lippen nachgezogen. Wow, Emily scheint's ernst zu meinen. Ja, es reichen ein paar kleine Änderungen und du fühlst dich wie eine neue, wunderschöne Frau. Alles klar, Mädels, sind wir bereit? Äh, sind das die gleichen Mädels? Ich glaub, wir brauchen einen Modelscout, die sehen ja echt perfekt aus. Hm, warum sieht das Gen in Slow-Mo zehnmal sexier aus als normal? Oh ja, und hier kommt der Haarwurf. Ja, Emily, ja! Uh, und Olivia hat diesen verführerischen Lippenbiss mit gesenkten Augen. Äh, Leute, ihr lauft hier schon eine ganze Weile. Glaubt ihr nicht, dass dieser süße Kerl das vielleicht ein bisschen seltsam findet? Ja, es ist schon ein Problem, wenn du ins Bett gehst, aber noch mit deinen Freunden schreibst. Du textest bis in die frühen Morgenstunden. Wow, Mist, ich hab fast keinen Akku mehr. Aber Olivia hat mir noch nicht zurückgeschrieben, was bei dir am Date passiert ist. Okay, lass mich schnell mein Ladekabel rausholen. Oh Mann, die Schublade hier ist viel zu tief. Oh, okay, ich hab's. Alles klar, nur noch reinstecken. Und jetzt greife ich einfach zur Steckdose rüber und... Oh, warum ist es nachts immer so kompliziert, den Stecker in die Steckdose zu stecken? Naja, vielleicht, weil's dunkel ist und weil du, du bist? Ernsthaft, was ist mit diesem Ding los? Okay, das war's. Jetzt aber richtig. Oh, oh, Frau am Boden. Und, fühlst du dich jetzt menschlich? Also, wenn du dich in diesen Situationen nicht selbst erkannt hast, dann wirst du dich definitiv bei den superwitzigen Patzern wiedererkennen. Und, hättest du gerne mehr coole Videos zum Anschauen? Dann denk dran, 123Goes YouTube zu abonnieren und diese lustigen Clips mit deinen Freunden zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!